Musik 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 Skeptisch bemutachteten die Paviane ihr neugestaltetes Außengehege. Sie warten sich zwar auf die altbekannten Felsen, aber lieber nicht auf die neuen Bäume. Wir haben die alten Kletterbäume, die ungefähr zehn Jahre im Gehege waren, die neue Kletterbäume ausgetauscht. Die alten Bäume waren aus Eiche und deshalb sehr langlebig und das sind jetzt Auhornstämme. Die Aktion hat zwei Tage gedauert. Die Bäume stehen in einem Betonfudament, sind oben zusätzlich verbunden und wir hoffen, dass die Paviane eine Menge Spaß damit haben. Zu zweitens haben wir eine Sandkiste gebaut und der Sinn der Sache ist, dass man da Futter drin vergraben kann und dass die Paviane eine zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit haben. Musik Nach rund 30 Minuten hat sich die Kollektivität, Aufregung gelegt und es kehrt wieder Ruhe ein. Während die Mutigsten der Jungtiere die neu geschaffene Kletterbaumlandschaft erobern, finden sich die unterschiedlichen Familienverbände schnell wieder zusammen und beobachten das Geschehen ganz gelassen. Nur die Neugeborenen klammern sich noch hilfesuchend an Mamas Bauch. Doch spätestens morgen werden auch sie sich an ihre neuen Spielmöglichkeiten gewöhnt haben. Musik 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 Vielen Dank.